Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mit dem Thema vegane und vegetarische Ernährung beschäftigen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane oder vegetarische Ernährung. Diese Ernährungsformen bieten viele Vorteile für die Gesundheit und für die Umwelt und können aber auch zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und gegebenenfalls Supplemente einzunehmen. Zunächst einmal sollten wir uns mit den Unterschieden zwischen veganer und vegetarische Ernährung befassen. Vegetarier essen in der Regel kein Fleisch und kein Fisch, aber sie konsumieren Milchprodukte und Eier. Veganer hingegen meiden alle tierischen Produkte, einschließlich Milch, Eier und Honig. Vor allem wenn du dich vegan ernährst, solltest du deine Ernährung sorgfältig planen, um alle notwendigen Nährstoffe zu bekommen. Eine wichtige Säule einer gesunden, veganen oder vegetarischen Ernährung ist die ausreichende Zufuhr von Proteinen. Protein ist wichtig für den Aufbau und Erhalt von Muskeln und ist in tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und Eiern enthalten. Pflanzliche Quellen von Proteinen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Es ist wichtig, alle verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen miteinander zu kombinieren, um sicherzustellen, dass der Körper alle notwendigen Aminosäuren erhält. Ein weiterer wichtiger Nährstoff ist Eisen. Eisen ist wichtig für die Bildung von roten Blutkörperchen, die Sauerstoff durch den Körper transportieren. Eisenmangel ist bei veganer und vegetarischer Ernährung häufiger, da die pflanzlichen Quellen von Eisen nicht so gut vom Körper aufgenommen werden können, wie die in tierischen Produkten. Pflanzliche Eisenquellen sind zum Beispiel grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte und getrocknete Früchte. Es kann jedoch schwierig sein, genug Eisen aus der Ernährung allein zu bekommen, insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter. In diesem Fall kann ein Eisenpräparat als Supplement notwendig sein. Ein kleiner Tipp, um Eisen besser aufnehmen zu können, empfiehlt sich die Kombination mit vitamin C reichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Paprika oder Zitronen. Und wie die Natur das mal wieder so wunderbar eingerichtet hat, passen beide Zutaten wunderbar zu Hülsenfrüchten, die ja eben viel Eisen enthalten. Auch Vitamin B12 ist ein wichtiger Nährstoff, der in tierischen Produkten vorkommt und für die Gesundheit des Nervensystems sowie die Bildung von roten Blutkörperchen unerlässlich ist. Veganer sollten daher langfristig Vitamin B12 als Supplement einnehmen oder angereicherte Lebensmittel essen. Das Vitamin wird zum Beispiel oft Soja oder Hafermilch oder Müsli zugesetzt. Man kann Vitamin B12 auch schon über die Mundschleimhaut aufnehmen. Deswegen gibt es auch Zahnpasta mit Vitamin B12 oder spezielle Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel unser Vitamin B12 Spray, das extra für eine hohe Vitamin B12 Aufnahme über die Mundschleimhaut entwickelt wurde. Den Link zum Spray findet ihr unten in der Videobeschreibung. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Gesundheit des Herzens und des Gehirns und kommen vor allem in fettreichem Seefisch vor. Veganer können Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl oder Leinöl beziehen, wobei nur Algenöl die essentiellen Fettsäuren EPA und DAA enthält, die der Körper nicht ausreichend selbst herstellen kann. Abschließend lässt sich sagen, dass eine ausgewogene vegane oder vegetarische Ernährung durchaus möglich ist, aber eine sorgfältige Planung erfordert. Die Einnahme von bestimmten Supplements kann dazu beitragen, dass der Körper alle notwendigen Nährstoffe erhält. Wichtig ist aber natürlich, dass ihr euch in regelmäßigen Abständen testet, um zu erkennen, ob euch Nährstoffe fehlen und hört auf euren Körper. Auf diesem Channel findet ihr noch viele weitere spannende Videos zum Thema Gesundheit. Also klickt euch gerne durch und lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Danke für euer Interesse, bleibt gesund und bis bald. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.